Lektion 1. Breakfast-Butts Hey Anna, fällt es dir manchmal schwer, früh zum Frühstück aufzustehen? Guten Morgen John, absolut. Manchmal fühlt es sich an wie ein Mini-Marathon, nur um aus dem Bett zu kommen. Richtig. Was hast du normalerweise, wenn du es eilig hast? Ich nehme oft einen Smoothie. Das geht schnell und gibt mir einen Schub. Wie steht's mit dir? Ich esse Toast mit Avocado. Es ist einfach aber so lecker. Interessante Wahl. Fügst du etwas Besonderes hinzu? Ich streue ein paar Chiliflocken darüber. Das sorgt für einen schönen Kick. Wow, daran habe ich nie gedacht. Normalerweise füge ich nur Salz und Pfeffer hinzu. Salz und Pfeffer sind Klassiker. Hast du es mit einem pochierten Ei probiert? Noch nicht. Das klingt verlockend. Ist es schwierig, ein Ei zu pochieren? Ganz und gar nicht. Einfach leicht in Wasser köcheln lassen. Es ist einfacher, als es klingt. Ich sollte es versuchen. Um wie viel Uhr frühstückst du normalerweise? Ich versuche, um 7 Uhr und 30 Minuten zu essen. Es gibt mir Zeit, mich zu entspannen, bevor ich losgehe. Das ist klug. Ich beeile mich oft und esse unterwegs. Das kann ich mir vorstellen. Glaubst du, es beeinflusst deinen Tag? Definitiv. Ein gutes Frühstück gibt den Ton für einen produktiven Tag an. Einverstanden. Außerdem ist es schön, Ihre Mahlzeit ohne Stress zu genießen. Genau. Es ist wie ein kleiner Moment des Friedens. Ich liebe diese Perspektive. Vielleicht fange ich an, mein Frühstück mehr zu genießen. Lektion 2. Praktische Gespräche Hallo Anna. Findest du es bequemer, online einzukaufen, als in Geschäfte zu gehen? Hallo John. Absolut. Sie finden alles an einem Ort ohne Menschenmaßen. Außerdem können Sie die Preise einfach vergleichen. Das ist ein großer Vorteil. Richtig. Und Sie müssen sich keine Sorgen um das Parken machen. Stimmt. Haben Sie einen Lieblings-Online-Shop? Ich liebe es, auf diesem riesigen Marktplatz einzukaufen. Sie haben alles. Das Gleiche hier. Aber manchmal dauert die Lieferung ewig. Das ist der Nachteil. Ich überprüfe immer die geschätzte Lieferzeit. Kluger Schachzug. Ich habe einmal zwei Wochen auf ein Paket gewartet. Oh nein! Das ist frustrierend. Hast du den Kundendienst kontaktiert? Ja. Und Sie waren überraschend hilfreich. Es hat einen Unterschied gemacht. Gut zu hören. Es ist schön, wenn Unternehmen ihre Kunden wertschätzen. Definitiv. Kaufen Sie Kleidung lieber online oder im Geschäft. Im Geschäft. Ganz sicher. Ich probiere gerne Dinge zuerst an. Was ist mit dir? Ich bevorzuge es online für Kleidung. Ich kann sie zu Hause ohne Druck anprobieren. Das macht Sinn. Außerdem kannst du sehen, wie sie in deine Garderobe passen. Genau. Es dreht sich alles um Komfort und Bequemlichkeit. Ich stimme zu. Haben Sie jemals einen Online-Kauf bereut? Ein paar Mal. Manchmal sind die Farben anders als erwartet. Ja. Fotos können irreführend sein. Lesen Sie immer Bewertungen. Unbedingt. Sie können dich vor einer schlechten Wahl retten. Lektion 3. Morgenroutinen Hey, Anna. Was machst du morgens als erstes? Guten Morgen, John. Ich dehne mich normalerweise ein wenig. Es weckt mich auf. Das klingt nett. Ich trinke zuerst gerne ein Glas Wasser. Flüssigkeitszufuhr ist der Schlüssel. Fügst du deinem Wasser etwas hinzu? Manchmal drücke ich Zitrone hinein. Es ist erfrischend. Tolle Idee. Normalerweise trinke ich eine Tasse Tee. Welche Art von Tee bevorzugst du? Grüner Tee ist mein Favorit. Er ist voller Antioxidantien. Gute Wahl. Ich mag Kräutertee, besonders Kamille. Das ist beruhigend. Trinkst du es auch vor dem Schlafengehen? Ja, es hilft mir, mich zu entspannen. Was ist mit deiner Frühstücksroutine? Ich bereite gerne etwas Leichtes zu, wie Joghurt mit Obst. Klingt köstlich. Ich mache oft Haferflocken mit Nüssen. Haferflocken sind so sättigend. Fügst du irgendwelche Süßstoffe hinzu? Nur ein bisschen Honig für die Süße. Wie steht's mit dir? Ich bevorzuge es natürlich. Nur die Süße der Frucht reicht aus. Das ist gesund. Ich bewundere dein Engagement für gutes Essen. Lektion 4. Tägliche Entscheidungen Hallo, Anna. Was beschäftigt dich heute? Hallo, John. Ich habe gerade an meine Einkaufsliste gedacht. Oh, vergiss nicht, Eier und Brot zu holen. Unbedingt. Die können mir nicht ausgehen. Was schlägst du noch vor? Vielleicht ein paar frische Früchte? Sie eignen sich hervorragend zum Naschen. Gute Idee. Ich liebe Äpfel und Bananen. Was ist dein Favorit? Ich bin ein Fan von Beeren. Sie sind so süß und nahrhaft. Beeren sind unglaublich. Kaufst du sie normalerweise gefroren oder frisch? Ich mag es lieber frisch, aber tiefgefroren ist gut fürs Mottis. Stimmt. Und sie halten länger im Gefrierschrank. Genau. Was hältst du von der Zubereitung von Mahlzeiten? Ich denke, es ist eine großartige Möglichkeit, unter der Woche Zeit zu sparen. Ich stimme zu. Es hilft, diese ungesunden Entscheidungen in letzter Minute zu vermeiden. Ja. Außerdem können sie die Portionsgrößen kontrollieren. Definitiv. Es macht gesundes Essen viel einfacher. Lektion 5. Achtsamer Morgen Hey Anna, wie beginnst du deinen Tag mit Achtsamkeit? Guten Morgen John. Ich nehme mir einen Moment Zeit, um zu atmen und nachzudenken. Das ist eine schöne Übung. Normalerweise meditiere ich ein paar Minuten. Meditation ist großartig. Es macht deinen Kopf frei für den kommenden Tag. Genau. Ich versuche auch, morgens Dankbarkeit auszudrücken. Das ist mächtig. Worauf konzentrierst du dich? Einfache Dinge, wie erholsamer Schlaf oder ein leckeres Frühstück. Das bewundere ich. Ich denke oft an meine Familie und Freunde. Das ist wunderbar. Das schafft eine positive Denkweise. Ja. Ich schreibe auch gerne in mein Tagebuch. Journaling ist eine großartige Möglichkeit, Gedanken zu verarbeiten. Worüber schreibst du? Ich notiere meine Ziele und Gefühle für den Tag. Das ist aufschlussreich. Ich sollte auch anfangen, Tagebuch zu führen. Es ist sehr therapeutisch. Es wird dir gefallen. Das verspreche ich. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Achtsamkeit gibt wirklich einen guten Ton für den Tag an. He, Anna. Hast du schon einmal ein Taxi vom Flughafen genommen? Hallo, John. Ja, das habe ich. Es war ein ziemliches Erlebnis. Was hältst du von dem Taxi-Stand draußen? Es war organisiert. Aber ich war mir in Bezug auf die Sicherheit etwas unsicher. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Ist es sicher, von dort aus ein Taxi zu nehmen? Ich glaube schon. Besonders, wenn Sie lizenzierte Taxis wählen. Guter Punkt. Ich überprüfe immer die offiziellen Markierungen am Auto. Genau. Außerdem buche ich lieber ein Taxi über eine seriöse App. Das ist klug. Apps verfügen oft über Sicherheitsfunktionen wie Tracking. Ja. Außerdem können Sie die Bewertung des Fahrers im Wo aussehen. Ich liebe dieses Feature. Es gibt mir Seelenfrieden. Findest du es aber teurer, über eine App zu buchen? Manchmal. Aber es lohnt sich für die Bequemlichkeit und Sicherheit. Einverstanden. Hatten Sie schon einmal ein ungewöhnliches Taxi-Erlebnis? Oh, auf jeden Fall. Ich hatte einmal einen Fahrer, der eine Stadtrundfahrt gab. Das klingt lustig. Hast du etwas Interessantes gelernt? Ja. Er teilte versteckte Juwelen mit, die normale Touristen vermissen. Das fände ich toll. Es ist, als würde man die Perspektive eines Einheimischen bekommen. Genau. Das hat die Fahrt so viel angenehmer gemacht. Lektion 7. Gewerkschaftsgespräch Hallo, Anna. Hast du über die Herausforderungen gelesen, vor denen Gewerkschaften stehen? Hallo, John. Ja, es ist ein ziemlich komplexes Thema. Was ist deine Meinung? Ich denke, es gibt traditionelle Feinde der Gewerkschaftsbewegung. Definitiv. Unternehmen wehren sich oft gegen gewerkschaftliche Forderungen. Richtig. Die Maßnahmen, die gegen die britische Gewerkschaftsbewegung ergriffen wurden, sind ziemlich bedeutsam. Es ist interessant, wie sich das politische Klima auf die Arbeitsrechte auswirkt, nicht wahr? Sehr wohl. Politische Maßnahmen können über Erfolg oder Misserfolg der Gewerkschaftsarbeit entscheiden. Haben Sie kürzlich Änderungen im Arbeitsrecht bemerkt? Ja, einige Gesetze werden für Arbeitnehmer immer günstiger. Das ist ermutigend. Es ist an der Zeit, dass Arbeitnehmer besser geschützt werden. Unbedingt. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Stimmt. Die Solidarität unter den Arbeitnehmern ist für den Fortschritt von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Haben Sie in letzter Zeit erfolgreiche Gewerkschaftskampagnen gesehen? Ja, einige Gewerkschaften haben erfolgreich bessere Löhne ausgehandelt. Das ist fantastisch. Das zeigt die Macht von Tarifverhandlungen. Lektion 8. Frühstück im Hotel Hallo John. Ja, ich habe herausgefunden, dass das Frühstück im Preis inbegriffen ist. Das ist großartig. Was bieten Sie an? Eine Vielfalt. Sie haben Gebäck, Obst und sogar warme Gerichte. Klingt köstlich. Bevorzugst du ein leichtes oder herzhaftes Frühstück. Normalerweise mag ich etwas Deftiges, um meinen Tag richtig zu beginnen. Das gleiche hier. Ein großes Frühstück hält mich voller Energie. Genau. Hast du ein Lieblingsfrühstück? Eier sind fantastisch. Normalerweise esse ich ein Omelette. Omelettes sind die besten. Fügst du irgendwelche speziellen Zutaten hinzu? Ich füge gerne Spinat und Käse hinzu. Es ist eine großartige Kombination. Das klingt lecker. Ich füge oft Champignons und Paprika hinzu. Lecker. Hast du schon einmal einen Frühstücks-Burrito probiert? Ja. Es ist eine unterhaltsame Art, verschiedene Geschmacksrichtungen zu mischen. Lektion 9. Politische Beiträge Hallo Anna. Hast du von den jüngsten Diskussionen über politische Beiträge gehört? Hallo John. Ja. Es ist ein heißes Thema. Insbesondere in Bezug auf Frauenorganisationen. Unbedingt. Viele sind der Meinung, wir sollten Frauenhäuser unterstützen. Ich stimme zu. Sie bieten grundlegende Dienstleistungen und Unterstützung. Es ist wichtig, solchen Organisationen den Zehnten zu geben. Finden Sie nicht? Definitiv. Investitionen in die Gemeinschaft sind entscheidend für den Fortschritt. Haben Sie in letzter Zeit Kampagnen gesehen, die dafür werben? Ja. Viele Basisbewegungen gewinnen an Bedeutung. Das ist ermutigend. Das zeigt, dass sich die Leute für diese Themen interessieren. Unbedingt. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, können wir etwas bewirken. Ich liebe diese Perspektive. Es dreht sich alles um Einheit und Unterstützung. Genau. Jeder noch so kleine Beitrag zählt auf lange Sicht. Ich sollte nach Möglichkeiten suchen, mich selbst zu engagieren. Lektion 10. Land und Vermächtnis. Hey Anna. Hast du von dem Vorschlag bezüglich des Landes rund um die Wasserfälle gehört? Hallo John. Ja. Es ist faszinierend, dass die Regierung erwägt, es zu kaufen. Richtig. Es geht darum, die natürliche Schönheit für zukünftige Generationen zu bewahren. Genau. Glaubst du, es wird auch dem Tourismus helfen? Genau. Der Schutz der Umwelt ist so wichtig. Definitiv. Es könnte mehr Besucher anziehen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit fördern. Das ist eine Win-Win-Situation. Warst du schon bei den Wasserfällen? Ja. Es ist atemberaubend. Die Kraft der Natur ist beeindruckend. Ich stimme zu. Haben Sie Initiativen zum Schutz solcher Gebiete gesehen? Ja. Es sind viele Naturschutzmaßnahmen im Gange. Das ist vielversprechend. Es zeigt, dass wir Entwicklung und Erhaltung in Einklang bringen können. Unbedingt. Aufklärung über diese Themen ist von entscheidender Bedeutung. Ich würde mich gerne an lokalen Naturschutzmaßnahmen beteiligen. Lektion 11. Handelsgespräche Hallo Anna. Hast du von den jüngsten Herausforderungen gehört, vor denen die Gewerkschaften im Vereinigten Königreich stehen? Hallo John. Ja, es ist ziemlich besorgniserregend. Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptprobleme? Ich glaube, ein großes Hindernis ist der anhaltende Widerstand bestimmter Fraktionen. Sie scheinen entschlossen zu sein, gewerkschaftliche Aktivitäten zu untergraben. Unbedingt. Es ist fast so, als würden Sie Gewerkschaften als traditionelle Gegner betrachten. Warum glaubst du ist das so? Es könnte aus einer historischen Perspektive stammen, in der Gewerkschaften als Bedrohung für Unternehmensgewinne angesehen wurden. Das macht Sinn. Aber ist es nicht interessant, wie Gewerkschaften auch für faire Löhne und Arbeitsbedingungen kämpfen? Definitiv. Ohne sie hätten viele Arbeitnehmer möglicherweise nicht die Rechte, die sie heute genießen. Es ist jedoch ein komplexes Gleichgewicht. Stimmt. Und was ist mit den Maßnahmen gegen die britische Gewerkschaftsbewegung? Sind sie in letzter Zeit aggressiver geworden? Ja, einige aktuelle Gesetze scheinen darauf abzuzielen, die Macht der Gewerkschaften einzuschränken. Ich würde sagen, es ist ein rutschiger Hang. Und wie sehen Ihrer Meinung nach diese Schritte in der Öffentlichkeit aus? Viele Menschen sind gespalten. Einige unterstützen die Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftlichen Stabilität, während andere sie als Angriff auf die Arbeitnehmerrechte betrachten. Es ist eine faszinierende Debatte. Wie können sich Gewerkschaften ihrer Meinung nach an diese Herausforderungen anpassen? Sie müssen sich möglicherweise stärker auf das Engagement der Gemeinschaft und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit konzentrieren, um Unterstützung zu erhalten. Das ist ein gutes Argument. Der Aufbau von Beziehungen außerhalb traditioneller Rahmenbedingungen könnte dazu beitragen, ihre Position zu stärken. Genau. Außerdem könnten sie mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, um ihre Stimme zu verstärken. Die Zusammenarbeit könnte in der Tat neue Perspektiven und Ressourcen auf den Tisch bringen. Und vergessen wir nicht die Rolle der Technologie bei der Organisation von Bemühungen. Es hat das Potenzial, ein breiteres Publikum zu erreichen. Richtig. Social-Media-Kampagnen können ein wirksames Instrument sein, um Unterstützung für ihre Anliegen zu mobilisieren. Es ist faszinierend, wie sich die Landschaft der Interessenvertretung mit diesen neuen Tools weiterentwickelt. Einverstanden. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Gewerkschaften in Zukunft mit diesen Veränderungen umgehen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sie diese Chancen für Wachstum und Widerstandsfähigkeit nutzen. Lektion 12. Frühstücksgeplänkel Hey, Anna! Hat dir das Frühstück im Hotel gefallen? Hallo, John. Es war herrlich. Ich hatte die Pfannkuchen. Was ist mit dir? Ich habe mich für die klassischen Eier und Speck entschieden. Hast du den Kaffee probiert? Ja, es war überraschend stark. Ich hätte fast eine doppelte Aufnahme gemacht. Richtig. Ich dachte, ich bräuchte eine Koffein-Intervention. Was ist dein Lieblingsfrühstück? Ich bin ein Fan von French Toast. Die Flauschigkeit ist unwiderstehlich. Dem kann ich nicht widersprechen. Hast du es jemals zu Hause gemacht? Ich hab's versucht. Aber es wird nie so gut wie in einem Café. Das Gleiche hier. Es ist, als ob die Magie des Kochs fehlt. Unbedingt. Apropos Magie. Hast du vom Frühstücksbuffet im neuen Lokal auf der anderen Straßenseite gehört? Hab ich. Sie sagen, es ist wie ein Frühstückswunderland. Was glaubst du, werden sie haben? Ich erwarte Abwechslung. Vielleicht sogar einige exotische Früchte. Exotische Früchte zum Frühstück klingt nach einem Traum. Glaubst du, sie werden Smoothies haben? Sie sind besser. Ein guter Smoothie kann jeden Morgen heller machen. Stimmt. Ich hätte gerne einen Mango-Smoothie, um meinen Tag zu beginnen. Mango ist perfekt. Aber einer Beerenmischung kann ich auch nicht widerstehen. Beerenmischungen sind fantastisch. Also, haben wir vor, morgen das Buffet zu besuchen? Lass es uns machen. Ich bin gespannt, was sie anbieten. Lass es uns machen. Perfekt. Ich stelle den Alarm früh ein, damit wir nichts verpassen. Tolle Idee. Für ein köstliches Frühstück lohnt es sich aufzustehen. Absolut. Das ist der beste Start in den Tag. Lektion 13 Wochenendpläne Hallo, Anna. Ich habe mir überlegt, was ich dieses Wochenende machen soll. Irgendwelche Ideen? Hey John, wie wäre es, wenn wir zum Picknick in den Park gehen? Das Wetter soll toll sein. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Ich kann ein paar Sandwiches und Obst mitbringen. Was denkst du, sollten wir nach dem Picknick machen? Oh, wir könnten auf einem der Wege wandern gehen. Ich habe gehört, dass es oben eine wirklich schöne Aussicht gibt. Wandern klingt perfekt. Ich wollte schon lange etwas Sport treiben. Sollen wir die anderen einladen, sich uns anzuschließen? Definitiv. Je mehr, desto besser. Ich schicke eine Nachricht an den Gruppenchat. Hervorragend. Das wird ein fantastisches Wochenende. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Ich bin sicher, es wird eine Menge Spaß machen. In Ordnung. Lass uns mit der Planung beginnen. Ich mache eine Liste mit dem, was wir mitbringen müssen. Hört sich gut an. Ich schaue mir die Wanderkarten und Wegbeschreibungen an. Perfekt. Das wird das beste Wochenende aller Zeiten. Lektion 14. Unterkünfte buchen. In Ordnung, Anna. Lass uns unsere Wochenendpläne finalieren und Unterkünfte im Wohraus buchen, um Probleme zu vermeiden. Klingt gut. John, wo sollten wir nach einer Unterkunft suchen? Ich dachte, wir könnten versuchen, eine Hütte oder ein Cottage in der Nähe der Wanderwege zu mieten. Auf diese Weise sind wir in der Nähe des Parks. Oh, eine Hütte im Wald. Das klingt so gemütlich und perfekt für unser Outdoor-Abenteuer. Genau. Ich werde anfangen, nach einigen Optionen zu suchen. Haben Sie irgendwelche Präferenzen in Bezug auf Größe oder Ausstattung? HMM, vielleicht etwas mit einer Küchenzeile, damit wir unsere eigenen Mahlzeiten kochen können. Und ein Kamin wäre wunderbar für die Abende. Tolle Ideen! Ich werde sicherstellen, dass ich nach diesen Funktionen suche. Was ist mit der Anzahl der Schlafzimmer? Sollen wir ein größeres Zimmer nehmen, damit alle zusammenbleiben können? Das ist ein gutes Argument. Lass uns eine Kabine mit zwei oder drei Schlafzimmern anstreben, damit wir alle schlafen können. So wird es mehr Spaß machen. Einverstanden. Ich werde anfangen, Verfügbarkeit und Preise zu überprüfen. Hoffentlich können wir ein gutes Angebot ergattern, wenn wir es bald buchen. Definitiv. Je früher, desto besser. Ich freue mich schon, wenn ich nur an unser gemütliches Hüttenwochenende denke. Ich auch. Das wird die beste Reise sein. Ich schicke dir die Details, sobald ich den perfekten Ort gefunden habe. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten. Teilen Sie mir einfach die endgültigen Vereinbarungen mit und ich fange an, den Rest unserer Aktivitäten zu planen. Wird reichen. Das wird ein fantastisches Wochenende. Anna. Ich kann es kaum erwarten, der Stadt zu entfliehen und die Natur mit dir und der Bande zu genießen. Lektion 15 Erhaltung der Bodennährstoffe Hey Anna, ich habe gelesen, wie Kartoffeln dazu beitragen können, die Nährstoffe im Boden zu erhalten. Hast du jemals davon gehört? Wirklich? Nein, habe ich nicht. Das ist faszinierend. Wie genau helfen Kartoffeln dabei? Nun, anscheinend haben Kartoffeln ein tiefes Wurzelsystem, das hilft, den Boden zu belüften und Erosion zu verhindern. Und wenn die Kartoffeln wachsen, geben sie dem Boden Nährstoffe zurück. Wow, das ist wirklich interessant. Ich wusste nicht, dass Kartoffeln so gut für die Umwelt sein können. Ja, es ist ziemlich cool. Ja, ich dachte, wir könnten versuchen, ein paar Kartoffeln in unseren Garten zu pflanzen, um den Boden anzureichern. Das ist eine tolle Idee. Wir könnten sogar versuchen, verschiedene Sorten anzubauen, wie Lila-Kartoffeln oder Fingerling-Kartoffeln. Ich liebe das. Wir würden Lebensmittelverschwendung reduzieren und gleichzeitig der Umwelt helfen. Definitiv. Außerdem wäre es ein lustiges kleines Projekt, an dem wir zusammen arbeiten könnten. Ich bin dabei. Lass uns auf jeden Fall das Anpflanzen von Kartoffeln ausprobieren. Wann denkst du, sollten wir anfangen? Nun, die beste Zeit, um Kartoffeln zu pflanzen, ist normalerweise im Frühling, also haben wir noch eine Weile Zeit. Aber wir können jetzt mit der Planung und Vorbereitung des Gartenbeets beginnen. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, uns die Hände schmutzig zu machen und die Kartoffelpflanzen wachsen zu sehen. Ich auch nicht. Das wird großartig. Ich freue mich sehr, mehr über die Vorteile von Kartoffeln für den Boden zu erfahren. Das Gleiche hier. Es ist erstaunlich, wie sich ein einfaches Gemüse so positiv auswirken kann. Absolut. In Ordnung. Lass uns anfangen zu recherchieren und uns auf unser kleines Kartoffelprojekt vorzubereiten. Lektion 16. Rat einholen. Eigentlich, Anna, könnte ich einen Rat gebrauchen. Hast du einen Moment? Natürlich, John, ich helfe gerne. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe über eine berufliche Veränderung nachgedacht, aber ich bin mir nicht nicht sicher, wo ich anfangen soll. HMM, eine berufliche Veränderung. Das ist eine große Entscheidung. Was hat sie dazu bewogen, ihre Karriere zu wechseln? Ehrlich gesagt, habe ich einfach das Gefühl, dass ich in meinem aktuellen Job nicht genug herausgefordert werde. Ich möchte etwas erfüllen, deres tun. Ich verstehe. Das ist verständlich. Über welche Optionen denkst du nach? Das ist die Sache. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe in Stellenausschreibungen gesucht, aber ich fühle mich ein bisschen überfordert. Was sind Ihre Leidenschaften und Interessen außerhalb der Arbeit? Gute Frage. Ich habe mich schon immer sehr für Nachhaltigkeit und Umweltfragen interessiert. Ah, das ist ein guter Ausgangspunkt. Haben Sie darüber nachgedacht, nach Jobs im Bereich der grünen Energie oder gemeinnützigen Umweltschutzorganisationen zu suchen? Weißt du, das ist eine fantastische Idee. Das hatte ich noch nicht einmal in Betracht gezogen. Wo sollte ich Ihrer Meinung nach mit meinen Nachforschungen beginnen? Nun, ich schlage vor, zunächst Ihre übertragbaren Fähigkeiten zu identifizieren und einen aktualisierten Lebenslauf zu erstellen. Dann können Sie anfangen, sich zu vernetzen und Fachleute in diesen Bereichen zu erreichen. Networking, hm? Damit hatte ich immer zu kämpfen. Gibt's da irgendwelche Tipps? Unbedingt. Wenden Sie sich zunächst an Ihre bestehenden Kontakte, auch wenn diese nicht direkt mit Ihrem Ziel zu tun haben. Sie wissen nie, wer eine hilfreiche Verbindung haben könnte. Das macht Sinn. Okay, ich fühle mich jetzt viel motivierter, Danke für den tollen Rat, Anna. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Veränderung kann entmutigend sein, aber du schaffst das. Du hast recht. Ich freue mich darauf, einzutauchen und meine Möglichkeiten zu erkunden. Dies wird ein neues Kapitel für mich sein. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie unterwegs weitere Hilfe benötigen. Ich bin hier, um dich zu unterstützen. Absolut. Das weiß ich wirklich zu schätzen, Anna. Du bist der Beste. Lektion 17 Regierung überdenken. Hey, Anna. Ich habe heute einen Artikel gelesen, der mich dazu gebracht hat, meine Ansichten zur Regierung zu überdenken. Sie argumentierten, dass die Regierung nicht das Problem ist, sondern die Lösung. Wow, das ist eine interessante Perspektive. Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Was waren die wichtigsten Punkte, die Sie angesprochen haben? Nun, der Artikel wies darauf hin, dass viele der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen, wie der Klimawandel und die Einkommensungleichheit, koordinierte, groß angelegte Maßnahmen erfordern, die nur Regierungen wirklich bieten können. HMM, das ist ein gutes Argument. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Probleme einfach zu groß sind, als dass Einzelpersonen oder private Organisationen sie alleine effektiv angehen könnten. Genau. In dem Artikel wurde auch hervorgehoben, wie Dinge wie öffentliche Bildung, Infrastruktur und soziale Sicherheitsnetze die Lebensqualität von Millionen von Menschen dramatisch verbessert haben. Weißt du, das stimmt. Ich glaube, ich vergesse manchmal all die grundlegenden Dienste und Programme, die Regierungen für das Gemeinwohl bereitstellen. Richtig. Und in dem Artikel wurde argumentiert, dass wir die Regierung nicht als Feind betrachten, sondern uns darauf konzentrieren sollten, sie besser und effizienter funktionieren zu lassen. Interessant. Was muss Ihrer Meinung nach also getan werden, um die Regierung zu verbessern und effektiver zu machen? Nun, in dem Artikel wurden Dinge wie der Abbau von Bürokratie, die Erhöhung der Transparenz- und Rechenschaftspflicht sowie die Suche nach Möglichkeiten vorgeschlagen, die Bürger stärker zu engagieren und einzubeziehen. Das klingt nach vernünftigen Schritten. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen der Rolle der Regierung und den Verantwortlichkeiten des individuellen privaten Sektors zu finden. Definitiv. Ich muss sagen, dieser Artikel hat meine vorgefassten Meinungen über die Rolle der Regierung wirklich in Frage gestellt. Es hat mir viel zum Nachdenken gegeben. Das ist großartig, John. Es ist immer gut, unvoreingenommen zu sein und unsere Sichtweisen neu zu bewerten, besonders bei wichtigen Themen wie diesem. Absolut. Ich bin froh, dass ich auf diesen Artikel gestoßen bin. Es hat wirklich mein Interesse geweckt, mehr darüber zu erfahren, wie wir eine effektivere, bürgernahe Regierung aufbauen können. Das ist großartig. Ich freue mich, dieses Thema jederzeit ausführlicher zu besprechen. Es ist ein komplexes Thema, aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Definitiv. Danke, dass du mit mir darüber geschattet hast, Anna. Du hast mir viele Denkanstöße gegeben. Lektion 18 Gute gemeinsame Zeit Anna, dieser Campingausflug, den wir geplant haben, klingt nach so viel Spaß. Es muss toll sein, eine schöne Zeit mit unseren Freunden zu verbringen. Ich weiß. Ich freue mich riesig darauf. Raus aus der Stadt und rein in die Natur ist genau das, was wir alle brauchen. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, wandern zu gehen, Marshmallows am Lagerfeuer zu braten und einfach die Gesellschaft des Anderen ohne Ablenkungen zu genießen. Ich auch nicht. Das wird eine nette Abwechslung zu unseren gewohnten Routinen sein. Ich wette, wir werden erfrischt und verjungt zurückkommen. Definitiv. Manchmal sind wir so in der Hektik des Alltags gefangen, dass wir vergessen, langsamer zu werden und die einfachen Freuden zu schätzen. Genau. Diese Reise ist die perfekte Gelegenheit, genau das zu tun. Trennen Sie sich, entspannen Sie sich und verbinden Sie sich wieder mit den Menschen, die Ihnen am wichtigsten sind. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich denke, das brauchen wir alle von Zeit zu Zeit. Es ist leicht, aus den Augen zu verlieren, was wirklich wichtig ist. Absolut. Gute gemeinsame Zeit ist so wertvoll und ich bin froh, dass wir uns dieses Wochenende Zeit genommen haben, um uns darauf zu konzentrieren. Ich auch. Ich habe das Gefühl, es wird ein Wochenende, an das wir uns noch lange erinnern werden. Dessen bin ich mir sicher. Die Erinnerungen, die wir sammeln, werden von unschätzbarem Wert sein. Absolut. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir am Lagerfeuer lachen, Geschichten austauschen und S'mores machen. Oh, S'mores. Das wird der beste Teil sein. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Haha, ich auch. Wir müssen sicherstellen, dass wir viel Schokolade und Marshmallows einpacken. Ganz gewiss. Und vielleicht sogar ein paar ausgefallene Gourmet-Toppings, um mit unseren S'mores kreativ zu werden. Oh, gute Idee. Das wird das ultimative S'mores-Erlebnis. Okay. Definitiv. Ich kann es kaum erwarten. Das wird der perfekte Wochenendausflug. Ich auch nicht. Ich bin so dankbar, dass wir das zusammen machen können. Es wird unglaublich werden. Lektion 19 Gefahren der Korruption Hey, Anna. Ich habe über die Auswirkungen von Korruption auf Menschen gelesen und das ist wirklich besorgniserregend. Das kann ich mir vorstellen. Korruption kann einige sehr gefährliche Folgen haben. Nicht wahr? Absolut. In dem Artikel, den ich gelesen habe, wurde skizziert, wie Korruption zu schlechten öffentlichen Dienstleistungen, unfairer Verteilung von Ressourcen und sogar zu Gewalt führen kann. Wow, das ist alarmierend. Ich wusste, dass Korruption problematisch ist. Aber mir war nicht bewusst, wie stark sie sich auf das Leben der Menschen auswirken kann. Ja, das ist wirklich augenöffnend. Der Artikel gab Beispiele dafür, wie korrupte Regierungsbeamte öffentliche Gelder zu ihrem eigenen Vorteil umleiten könnten, anstatt in Dinge wie Gesundheit oder Bildung zu investieren. Das ist furchtbar. Es beraubt die Bürger im Wesentlichen der lebenswichtigen Ressourcen und Dienstleistungen, die sie dringend benötigen. Genau. In dem Artikel wurde auch erörtert, wie Korruption zu Misstrauen gegenüber Institutionen und Rechtsstaatlichkeit führen kann. Ich kann mir vorstellen, wie schädlich das für eine Gesellschaft wäre. Wenn Menschen das Vertrauen in ihre Regierung und ihre öffentlichen Systeme verlieren, kann das zu Unruhen und sogar Konflikten führen. Absolut. In dem Artikel wurde erwähnt, dass Korruption in einigen Fällen sogar den Aufstieg extremistischer Gruppen gefördert hat, die versprechen, das System zu reparieren. Das ist wirklich besorgniserregend. Korruption scheint einen Teufelskreis zu schaffen, der unglaublich schwer zu durchbrechen ist. Das tut es. In dem Artikel wurden aber auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie Bürger und Zivilgesellschaft zur Korruptionsbekämpfung beitragen können, wie etwa die Forderung nach Transparenz und Rechenschaftspflicht. Das ist gut zu hören. Ich freue mich, dass es Möglichkeiten für Menschen gibt, Maßnahmen zu ergreifen und auf positive Veränderungen zu drängen. Ich auch. Es ist ein wichtiges Thema und ich denke, je mehr sich die Menschen der Gefahren der Korruption bewusst sind, desto besser. Einverstanden. Das war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch. Ich bin dankbar, dass wir dieses wichtige Thema besprechen dürften. Das Gleiche hier. Es hat mir viel zum Nachdenken gegeben, wenn es darum geht, wie wir auf eine gerechtere und gerechtere Gesellschaft hinarbeiten können. Absolut. Jedes bisschen Bewusstsein und Handeln zählt, wenn es um die Bekämpfung der Korruption geht. Definitiv. Ich bin froh, dass wir diesen Chat hatten. Es hat mich motiviert, mehr zu lernen und mich an der Korruptionsbekämpfung zu beteiligen. Das ist fantastisch, John. Ich bin stolz darauf, dass Sie sich für dieses wichtige Thema interessieren. Zusammen können wir einen Unterschied machen. Absolut. Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen. Das wird eine fortlaufende Anstrengung sein, aber es ist eine, für die es sich zu kämpfen lohnt. Lektion 20 Unvergessliche Filmzitate Hey Anna, ich habe den neuen Comedy-Film gesehen, über den alle reden. Hast du ihn gefangen? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit, es zu sehen. Wie war's? Irgendwelche denkwürdigen Szenen oder Zitate? Oh, es gab ein paar wirklich lustige. Vor allem dieses eine Zitat hat mich zum Lachen gebracht. Oh, erzähl es. Ich liebe ein gutes Filmzitat. Was war es? Okay, es gibt also diese Szene, in der die Hauptfigur versucht, dieses Mädchen zu beeindrucken, oder? Und er platzt heraus, bist du ein Keyboard? Weil du genau mein Typ bist. Haha, oh mein Gott, das ist so kitschig, aber ich kann mir vorstellen, wie lustig das im richtigen Kontext wäre. Ich weiß, oder? Die Lieferung war einfach perfekt. Der Schauspieler hat die unangenehme, nervöse Energie auf den Punkt gebracht. Das kann ich mir vorstellen. Das ist so ein blöder Anmachspruch. Aber ich wette, viele Leute können sich mit so einem fummeligen Flirtversuch identifizieren. Definitiv. Es war einfach so abstoßend, aber auch irgendwie liebenswert. Ich fand es toll, wie der Charakter einfach seine Unbeholfenheit besaß. Das ist großartig. Manchmal entstehen die einprägsamsten Filmmomente aus diesen nachvollziehbaren, humanisierenden Momenten des Humors. Absolut. Es gab noch eine andere Szene, die mich auch in den Bann gezogen hat. Die Hauptfigur versucht diesen epischen Sprung über einen Zaun zu machen, aber er ist ihn total. Oh nein, ich kann mir schon vorstellen, dass das furchtbar schief geht. War es einer dieser Vibe-Outs in Zeitlupe, die es wert sind, erschreckt zu werden? Ja, und sein Gesichtsausdruck danach war von unschätzbarem Wert. Er liegt einfach besiegt auf dem Boden und murmelt. Ich habe die Landung festgeklemmt. Haha, oh mein Gott, ich kann diese Zeile jetzt so deutlich hören. Das ist Comedy Gold genau da. Das war es wirklich. Das ganze Theater war am Beben. Dieser Film wusste genau, wie man die perfekte Balance zwischen Humor und Herz findet. Ich bin begeistert. Ich muss mir diesen Film jetzt auf jeden Fall ansehen. Danke, dass du diese tollen Zitate und Szenen geteilt hast. Du hast mich fasziniert. Jederzeit. Ich freue mich immer, eine gute Filmempfehlung zu teilen. Dieser ist auf jeden Fall einen Blick wert. Bereite dich darauf vor zu lachen, bis es weh tut. Ich habe mich bis es zu lachen, bis es ist ein zweit. Vielen Dank.